Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit Digi's Adventure und den Dinosaurier Grabungen, Fassilien, Standort 5. Ähm, ja erstmal hier rum. Dann sind wir zwei Stück da, ok. Der Fassilien ist sehr scheinbar. Der Fassilien hat auch, wie wir die儿 tun sehen. Super, das ist sehr, sehr schön. Wirklich quer? Der Fassilien hat mit einem Artikel-Massus und den Dinosaurier Deirde. Hinsichtlich hat einen Fassilien. Man will sich jetzt über den Kussarfer-Long in Gagnon und an der Kussarfer. Anfänger hat einen Gagnon-Best zuerst gemen. Ganz schnell. ach da komme ich gar nicht durch einmal erst hier runter und da sind auch noch zwei und ich glaube da gibt es sogar noch ein das sieht mir echt aus als ob da noch ein Foto liegt zu sehen lasst mir ein like und ein abo da folgt mir auf meinen kanälen auf youtube auf twitter und auf kick bis zur nächsten folge und tschüss sagt der toto